ja hallo ihr lieben menschen ich bin der waldengel und ich bin für euch da wenn ihr unterstützung braucht begleitung braucht wenn ihr gewalterlebnisse habt wenn ihr erniedrückung erfahren habt wenn ihr merkt dass der abschied euch schwerfällt was auch immer euch gerade bewegt dann könnt ihr mich gerne anrufen ich bin professionell systemische familientherapeutin beraterin und supervisorin und unterstütze jetzt schon einige wochen die menschen hier im dann egal wer auch immer die hilfe braucht ich bin ein teil des awareness team bin an den wochenenden meistens auch vor ort und ihr könnt mich jederzeit telefonisch erreichen unter der 0 1 5 7 3 7 8 8 7 1 5 6 ihr könnt mir auch eine e mail schreiben waldengel punkt danni gmail kommen die nummer gibt es auch im awareness team dort könnt ihr sowieso jederzeit auch nachfragen euch hilfe holen oder ein ruhe ort finden einen ort zum entspannen zum ein bisschen runterkommen da gibt es ohren die euch zuhören da gibt es menschen die euch einen tee kochen und die euch dann auch weiterhelfen die haben auch alle die nummern gelistet wenn es dann doch ein bisschen mehr noch an begleitung braucht an profession aber wendet euch an uns kommt zu uns erzählt uns was ihr erlebt habt denn darüber zu sprechen ist ganz ganz wichtig macht es nicht mit euch alleine aus sondern lasst uns euch begleiten denn das machen wir gerne